Ah, guten Morgen! Guten Morgen! Es ist jetzt gleich 7 Uhr. Dann geht's aber schön mit der Bahn. Und vorne. 9 Uhr. Ja, das ist super schön! 7.75 Uhr. Ein Bierchen. Haben wir fertig was ist! Es muss die größte anhalten. Willkommen in Rom, jetzt holen wir uns das Bus-Ticket für 6 Euro, dann fahren wir so eine dreiviertel Stunde, dann sind wir für 6 Euro vom Flughafen bis Rom City. Wir haben ca. 20 Minuten gefahren vom Flughafen bis hier hin zum Hauptbahnhof Termini. Jetzt müssen wir unser Hotel nachsuchen. Jetzt fängt das Abenteuer an. Richtig. Du bist bist in Berlin. Das solo, da solo, non mi basto, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Ooh oh 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 oh. Laura, dov'è, mi manca sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Jetzt sind wir von unserem Hotel frisch geduscht, ca. 15 Minuten laufen, vielleicht waren es maximal 20 Minuten. Und zack, jetzt sind wir schon am Kolosseo. Hier ist mächtig was los. Das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Oh no, però non è lo stesso, ora so, c'è ancora un suo riflesso tra me e te, mi dispiace ma non posso, Laura c'è, se vuoi ci amiamo adesso, oh no, mi casca il mondo addosso, e ora so, c'è ancora un suo riflesso tra me e te, mi dispiace ma non posso, Laura c'è, Laura c'è. Grazie a tutti.